2024 ist ein Jubiläumsjahr für die Stadtwerke Kufstein, denn seit mittlerweile 130 Jahren versorgen wir mit zahlreichen Dienstleistungen und Services die Menschen und Wirtschaft in der Region. Dazu zählt auch der Bereich Stromversorgung mit 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Team kümmert sich um die Planung, die Errichtung, den Betrieb und die Wartung aller Stromleitungen, Umspannwerke und Umspannstationen. Das Leitungsnetz der Stadtwerke Kufstein hat eine Gesamtlänge von über 600 Kilometern. Es besteht aus der Ringleitung zwischen den fünf Umspannwerken, dem Verteilnetz für die 189 Umspannstationen und dem Niederspannungsnetz zur Versorgung der 15.000 Stromkundinnen und Kunden in Kufstein. Das primäre Ziel der Abteilung Stromversorgung ist es, unseren Kundinnen und Kunden eine unterbrechungsfreie und hochwertige Stromversorgung zu gewährleisten. Nähere Informationen erhalten Sie auf www.stwk.at 130. Stoffer-Bed. 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 Stoffer-Bed.